Wenn jeder Rokkeneser Mit dem Ball am Fuß Ah, harte Aktion, ist das vielleicht sogar rot Und so früh rot, aber ehrlich, was soll er machen, Buschi? Wer da richtig entschieden, denke ich, der Platzverweis ist vertretbar Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgefunden wird Da gibt's kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung Das war's für heute, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung